Die Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit, macht uns jedes Jahr heuwei wieder bereit fürs helle Leer. Damit endlich jeder seht für die Liebe unter uns, bis vor dem Kinder sein Wunsch. Vor dem Nacht vor tausende Jahren wurde er geboren, wurde er gepflanzt. Ein kleiner Samen, ein großer Wunsch. Ja, nur für uns Menschen auf der Erde. Herz suche nur für uns. Ein kleiner Samen, ein großer Wunsch. Ein kleiner Samen, ein kleiner Samen! Die Leer Ichente, die Weihnachtszeit und die Welt are im Leben. Die Feindelöme, die Weihnachtszeit, die Weihnachtszeit und der Leer gefeiert sind. Die Weihnachtszeit und die Weihnachtszeit waren weg. Dann haben wir das eine Janze der Weihnachtszeit aus dem Plan. Musik 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 Halleluja! I say thank you for all this fortune. For all this fortune. For all this fortune. For all this little boy called Jesus. An dieser Stelle erlauben wir uns heute beim letzten unserer Konzerte, und es tut das Herz wirklich weh, gell? Euch unser Herzensprojekt Guardian Hand ein wenig näher zu bringen. Das Guardian Hand Projekt unterstützt mit Hingabe, Leidenschaft und Herzblut die allerbedürftigsten Kinder in Manila und den umliegenden Slums auf den Philippinen. Auf den Müllbergen, den sogenannten Smoky Mountains, wird die Hilfe vom Guardian Hand Team am dringendsten benötigt. Das Guardian Hand Team organisiert permanent die Verteilung von Mahlzeiten und Proviant vor Ort für hunderte Kinder, besonders auch in Krisenzeiten wie Corona, als auch bei häufig auftretenden Umweltkatastrophen. Um Euch hier einen kleinen Überblick zu verschaffen, haben wir einen kurzen Film vorbereitet. Ein onder dato, der ist nicht, dass alle die Verteilung von Problemen haben. Das ist nicht, dass alle die Verteilung von Schäuerten sind mit der Verteilung zu tun, sondern auch bei häufig aus der Verteilung von Gehäuse, ledigendsten Martian agency zuλιmden und dem Teil des Proviant für Kraus in der Verteilung von der Verteilung der Verteilung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020